Seid ihr herzlich willkommen im heutigen Wunsch-Erfüllungs-Ritual am 23. September 2018, Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Diesem Herbst-Tag- und Nachtgleiche, diese Energie hilft uns im inneren Gleichgewicht finden, die inneren Ruhe und Harmonie. Die Ritual beginnt um 21 Uhr. Ich bitte euch, eine Kerze anzünden und denkt an euren Wünsche. Wir sind energetisch verbunden und jetzt genießt die Bilder und genießt diese schamanischen Musik, entspannt euch und lasst es alles geschehen. Die Rituale 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018